Das Leben ist schön! Vielleicht nicht immer gerade da, wo man ist. Aber es fahren ja Busche! Ich habe dann versehentlich den Zettel mit der Aufschrift Dies ist kein Überfall habe ich in den Konto Auszugsdrucker geschoben. Dann bin ich beim Rauslaufen, aber dermaßen vor die Glastür gedatzt und dann bin ich draußen nicht ins Fluchtauto gestiegen, sondern in den zufällig vorbeikommenden Streifenwagen. Also ich habe das schon auf der Packung gelesen, dass da stand blickdicht. Ja, aber ich dachte, das gilt nur von außen nach innen. Guck mal, dachte ich mir, guck mal, die Seele eines Schafes gefangen im Körper einer Krähe. Perfektion, die kann man aus der Distanz bewundern, aber die kann man nicht lieb haben. Nur darum würde es mich auch gar nicht wundern, wenn sich Angelina Jolie in den intimen Momenten ihrer Ehe vorstellt, dass ich es bin. Morgen sind alle Bühne, aber glücklich.